Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Braten- und Feuerwehr vom Kanal. Ja Leute, heute werde ich euch ein paar Videos zeigen, wie ich reite. Und ich habe die Teile rausgeschnitten, wo man andere Reiterinnen sieht oder meine Reitlehrerin, wegen Datenschutz halt und so. Und ich würde sagen, dann legen wir jetzt direkt mal los. So Leute, dann fangen wir auch schon an. Ja, in dem Part bin ich halt ohne Sattel galoppiert. Und ja, ich habe die Gesichter von mir und der anderen Reiterin abgedeckt. Ja, hier bin ich nochmal ohne Steigbügel getrappt. Und hier bin ich halt nochmal ohne Steigbügel auch nochmal ein bisschen getrappt und so. Und am Ende hat sich so ein bisschen den Kopf hochgehoben. Hier bin ich dann auch nochmal ohne Steigbügel getrappt und so. Ja, hier bin ich nochmal leicht getrappt. Und ja. Und hier bin ich halt nochmal kurz galoppiert, was richtig nice war. So Leute, das waren alle meine Teile. Und jetzt am Ende seht ihr noch ein Edit von mir und dann würde ich sagen, bye bye.